Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 4 Online. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ja, wir spielen wieder eine Runde Rush. Diesmal auf einer Insel. Ich bin ja gespannt, wie das aussehen soll. Ähm, das Hilfe kenne ich aus, ähm, aus den Eroberungen. Eroberungen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in Rush aufgebaut ist. Aber ich stehe mir das verdammt geil vor. Es war schon in der Eroberung relativ geil und vor allen Dingen auch schwer, finde ich. Ähm, ja. Ja, und so ein... Ich bin gerade, glaube ich, auch gleich geteilt. Das erste Mal, dass ich stirbt. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, du bist es. Woo! Ja, ich habe mehr von mir gesehen. Das ist ja auch nicht gestorben. Ja, das ist ja auch nicht gestorben. Was hat er denn gemacht? Ich habe mich jetzt ge... Ja, ich habe... Ja! Da ist ein freindlicher Scharfschütze! Ich bin noch gar nicht fast schon. Sie sind ja gut. Ich glaube, das ist ein guter. Das ist ein angekommener. Da ist ein feindlicher Schausschütze. Lauf nicht deiner Stellung. Ja, ich glaube, das ist aber doch kein Level für mich. Der zieht den Fallschirmplatz. Ich bin von alleine. Und ich will gleich wieder töten. Fast. Schon. Ich weiß ja gar nicht. Bei dem Rush. Da ist es gar nicht. Ich spiel dir lieber gut vor Verteidigung. Komm mal in den Kommentaren. Das ist ein bisschen krank. Ich glaube, ich bin lieber Verteidigung. Obwohl das kaum, wie ich jetzt auch so richtig mache. Ich bin schon von Verteidigung. Also wenn ich mich entscheiden muss. Aber das würde ich auch nicht verlegen. Wofür Tick noch? Ja, der hat den Kammler gezählt. Wuhuuu. 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 Harte. Die anderen da hinten, stehen natürlich noch, ne ne? Wuhuuu. Außer ich wieder. Das... Wie bombenscharf. Wie kann denn das seines ist die bombescharf ist? Ich meine, ich stand da gerade noch daneben und da waren auch Kollegen von mir ringsherum. Ich hab' nicht gesehen. Und natürlich baller ich wieder mein ganzes Magazin drauf und er steht noch. Das ist normal. Was, 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 wo denn? Ich singe überhaupt nichts mehr, als ich das gewallert habe. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter! Ich sehe... dafür entschuldigen ja 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 Wir haben die Sprengladung anrechter Zitra wohl entschärft. Krass, der Kollege neben mir stand, da habe ich gesehen, dass er den gerade volle Sorte abgeknallt hat. Und dann habe ich auf das Zeitüberzug geguckt, wie er mich dann abgeknallt hat. Okay, den einen haben sie in Ruhe schon. Und dann habe ich einen Sprengladung. 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 Und dann habe ich einen Sprengladung in der Karte gelegt. Boi, ich bin jetzt Boi, ich bin jetzt Boi, ich bin jetzt doch nicht Boi, ich bin jetzt So, okay, kann das kein Kumpelzeichen, weil ich weiß, dass ich das gut bin Ich bin jetzt steig, er hat er auf Boden geplatscht Oh, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt ich habe es gerade anders gemacht das mit dem Schützenkram davon ist echt verdammt gut 4 4 4 4 5 st auch auch schon wieder dieser typen wir schon die letzte so gut das sind einmal gekippt und dann noch mal gekippt und dann hab ich ihn glaube ich sogar noch mal gekippt die Bombe ist gleich scharf da 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 der die Grenade voll in die Gutsche geworfen krasse sache cool gemacht die da 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 ich weiß es nicht genau es ging ja relativ fix die haben es ja da nicht so weit geschafft ich werde es trotzdem teilen die nächste folge dann ja ihr werdet mich also in der nächsten folge erst wiedersehen ja trotzdem vielen dank wieder ans reinschalten an euch wir können mal gucken was andere folgen sehen wollt es gibt ja jetzt schon ein paar mehr es wird jetzt vielleicht auch schon mal ein paar mehr geben also guckt mal unten in der Beschreibung da ist die Playlist verlinkt da sind die ganzen Battlefield 4 Online Videos dazu zurzeit spiele ich auch gerade noch The Forest einmal als Singleplayer und dann spiele ich The Forest auch noch als Multiplayer zusammen mit dem Unpeel das macht verdammt viel Spaß ähm sind verdammt coole Videos gewonnen da könnt ihr auch mal reingucken ja und wenn es euch gefällt äh gebt einen Daumen hoch kommentiert wenn ihr irgendwas äh habt und äh ja vielen Dank fürs reinschalten und bis zum nächsten Mal Tschüss